Dein erster Kommentar war, du siehst aus wie ein Pirat. Danke. Arne, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Danke, dass du dabei warst, meine Liebe und vielen lieben Dank. So. Stretchy Material. Ja. So. Meine Güte, das wird so kacke werden. Ein Eis mit einer Hand. So, unsere dritte Challenge. Eine Hand. Warte mal, eigentlich ist es ja doof. Moment. Warum? Weil wir haben ja jetzt beide unsere starke Hand. Ja, oh Gott. Das heißt, eigentlich müssen wir... Aber es sind jetzt schon genug Handicaps, um deiner zu machen. Ja, nee. Ja, nee. Nö, 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 nö. Wenn schon Handicap, dann richtig Handicap. Äh, dann... Weil sonst haben wir beide unsere starke Hand noch zur Verfügung. Das wäre ja langweilig. Ja, das wäre ja langweilig. Das wäre ja doof. Ich meine, pfff. Ja, wir haben heute ja noch quasi noch gar nichts gemacht. Wichtig. Und was anstrengend ist. Ja, das wäre ja sonst blöd, liebe Leute, ne? Sonst hättet ihr ja gar keinen Spaß dabei, wenn wir hier unsere Hände verbinden. So, einmal bitte das Handy rüberreichen Sie mir rüber. Es kann jetzt schon nur schief gehen. So, so, okay. Alles klar. Wir sind bereit. Äh, 30 Minuten lang. Oh, scheiße. Die letzte Challenge, die letzte Back-Challenge startet jetzt. Und ich muss, ich muss das hier machen, wenn du das dann machst. Ah, das kriegst du hin. Ich bin, äh... Ja! Wow, nein! Wie... Das ist, äh... Ja, warte, ich versuch's mit der anderen Hand zu machen. Mhm. Ich muss mir erst mal Platz räumen, weil meine liebe Gastgeberin hat mir ja super viel Platz eingeräumt. Nein. Ja, gerne doch. Ja. Alles ist gut. Eigentlich will ich auch die Butter in den Kühlschrank machen, aber kann ich grad vergessen. Ja, sollen wir da hin? Ja. Okay. Brauchen wir die Eier noch? Nee, ne? Nee. Oh mein Gott, das wird seine... Okay, du musst den Kühlschrank aufmachen. Wie soll ich denn den Kühlschrank aufmachen? Ja, wir drehen uns jetzt. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich jetzt... Was ist denn du da? Mach meinen Kühlschrank nicht kaputt. Oh Gott! Okay, ich hab... Ich hab... Okay, okay. Als safe, als food. Ich stell's grad einfach nur irgendwie hin, ne? Ja, solange es nicht runterfällt, alles gut. Nee, nee. Oh Gott, okay. Okay, ist drin. Okay. Ja, lass sowas schon mal nimmer machen, der Kühlschrank. Ich halte, dass ihr nichts verschicken dürft. Ja, finden wir auch. Wir haben's wie gesagt erst am... Welcher Tag ist heute? Sonntag. Am Freitag haben wir's erst gesehen. Dass wir's nicht machen dürften. Und sonst hätten wir natürlich super gerne auch diese Pätzchen hier verschickt. Und hier wird nichts. Geil! Ich hab alles... Alles... Alles ist gut. Ja. Ich soll erst mal... Warum dürfen wir denn nichts verschicken? Weil es keinen Spendenanreiz geben darf. Also man darf nichts als Anreiz schaffen, wodurch sich jemand... Also wodurch jemand spendet. Donation Gold sind, was anderes, weil das für die Allgemeinheit gilt. Aber etwas, was nur einem zugutekommt. Weil man darf keinen Anreiz schaffen, was die Spenden dann angeht. Und eine Spende soll halt immer aus freien Stücken geschehen. Und nur dann ist es auch eine richtige Spende, wenn's aus freien Stücken gemacht wird. Und es darf keinen Anreiz geben, um zu spenden. Weil wir hatten echt super coole Ideen. Was wir alles so hätten noch machen können. Aber wie gesagt, durften wir alles leider nicht. Weil das wäre dann gegen die Spendenregeln, sag ich mal, gewesen. Und deswegen dürfen wir leider nichts rausschicken. Also ich kann's auch nachvollziehen. Aber es ist halt ein bisschen schade. Weil so erreicht man, denke ich, meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, wir haben die Regeln nicht gemacht. Und wir haben erst am Freitag gesehen, dass es das gibt. Weil wir haben auch schon gesehen, dass es andere Streamer auch schon gab. Die das früher mal gemacht haben. Sachen verschickt haben und rausgeschickt haben. Aber da wir ja über Better Place das Ganze machen. Damit ihr auch Spendenbescheinigungen habt. Und damit auch alles richtig gut abläuft. Haben wir auch gesehen, dass man das halt einfach nicht machen darf. Du machst übrigens sehr gut, was du da machst. Okay, wir brauchen Ausstechformen. Die sind alle da hinten. Fairerweise, es hat lang gedauert. Aber wir müssen daran denken, ist ja noch dein Ding. Ähm, ja, das ist noch meins. Sehr gut. So. Das war unsere Box. Ja. Unsere Kukukumbox. Eventuell ist die jetzt kaputt. Ah, es leuchtet noch alles. Sorry. Okay. Okay. Wir machen das gut. Wir machen das gut. Wir machen das gut. Also es könnte jetzt sein, dass das Ding kaputt ist. Aber mal gucken. Ich wollte mir eh neue kaufen. Von daher. Ganz toll. Ganz toll, Annika. Ganz toll. Ganz toll. Das ist eine Befragung. Oh, süß, du hast Joschis. Hallo Jörg. Oder Jörg. Hallo. Ich kann so schlecht in den Chat gucken. Mein Dings ist mega kacke. Dein Dings ist mega kacke. Meine Augen sind mega kacke. So, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt streichen soll. Da stand irgendwie, man soll das... Einfetten. Ja gut, einfetten ist nicht das Problem. Aber hier steht, man soll es mit einer Teigkarte in die Vertiefung streichen. Und ich weiß nicht, was das ist. Nein, einfach nur dieses Plättchen halt. Aber du machst einfach... Das habe ich nicht. Ja, du machst mit der Hand und dann... Wohin musst du? Oh Gott, du weißt schon wieder mit deinem. Da hinten ist mein... Da hinten ist meine Backfettform. Achso, dein Spray. Ja. Wir würden auch so drankommen bestimmt. Ja, okay. Dann... Was ich halte. Ohne... Ja, jetzt denke ich dran. La, es ist wie ein guter Tanz. Okay, ich hab's. Es ist echt wie ein Tanz. Da. So. Easy. Easy, easy, easy. Wir können uns auch noch die Füße zusammenbinden. Nein, können wir nicht. Shake, shake, shake. Hatten wir nicht noch... Das ist noch Alpaka. Ja. Was mit einem Alpaka? Boah. Ja, die ist da hinten. Wo das Ganze ausgekipft war. Oh nein. Aber guck mal, wir haben auch süße Formen mit. Ja, ich hab den Yoshi schon gesehen. Mit Yoshi. Der ist super süß. Und Toad. Yoshi und Toad. Und Jessie, ich hasse den. Ja. Sie vergisst es aber halt auch nicht, ne? Nee, sie vergisst es gar nicht. Kein einziges Mal. Was wirklich schön wäre, wenn sie es vergessen würde. Aber sie vergisst es absolut gar nicht. Ich würd mich auch nicht beschweren. Also Jessie wartet nur darauf, dass die Minuten weggehen. Ja. Ah, Juicy Pee oder Puma? Hast du das eben schon geglaubt? Nee, ich hatte es glaube ich noch nie. Strawberry oder Dings hier. Oh, aber ich hab so viele, ich hab hier schon zwei gute da gehabt. Nee, da ist es. Oder? Nee, ja. Ich glaub das, oder? Nee, nee, ja das. Okay. Okay. Yay. Oh, geil. Du meinst, das ist lecker. Ja. Mmh. Lecker. Das ist die einzige leckere Bohnen, die ich heute gegessen habe. Dein Pflicht? Mmh. Geil. Nein, das stimmt nicht. Deine ersten, obwohl die waren okay. Mmh. Das war wirklich lecker. Mmh, mmh. Alles für den guten Zweck. Ja, 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 ja. Was sind das für Bohnen? Scheiß Bohnen sind das. Jelly Beans. So typischen, ekligen Jelly Beans. Die alle immer eine eklige Variante haben. Und die schmecken wirklich kacke. Was nehme ich denn jetzt am besten? Ähm, hast du so ein... Ich habe so eine komische Dings nicht. Hast du nicht... Hier doch, das nehme ich einfach. Ja genau. Geil. Ich habe sowas. Nee, das ist nicht das, was die gemeint, aber... Egal. Können mich mal gerne haben. Ich gebe mir hier schon Mühe. Hier, nimm da deine Hand. Nimm... Ich nehme meine Hand. So, und jetzt streiche ich das ein. Mal gucken, wie das wird. Du musst hier richtig reindrücken auf jeden Fall. Ich versuch's ja. Ist gar nicht so leicht. Aber schon voll gut. Hallo. Schon mal der erste Erfolg hier. Achso, Erfolg nennst du das, oder? Ja, wie nennst du das denn? Ach, das ist egal. Wie stellt mir. Das Brett liegt aber schon richtig, ne? Ja. Ja. Okay, ich wollte noch fragen. Kann ja sein, dass falsch steht. Du musst hier in die Vertiefung rein. Ja, aber das ist halt schwer, das in die Vertiefung reinzumachen. Ganz liebe Grüße von Nani. Sie kann nicht dabei sein. Sie hat... Oh, ein Konzert. Oh, dann ganz liebe Grüße zurück auf jeden Fall. Rock'n'Roll. Okay, ich würde gerne zu den anderen Formen. Gehen Sie zu den anderen Formen. Oh. Oh, man sieht nicht so viel wegen dem Geweih. Warte, dann packe ich's mal weg. Okay. So, dann wird jetzt mein Rücken... ...mein Rücken geweißt. Dein Rücken geweißt? Die hatten wir uns in der Schule immer voll den Halt. Bei uns früher auch, diese Bohnen. Immer. Und ich fand die so eklig jedes Mal. Okay, kannst du... Genau, wie die bei Harry Potter. Guck mal, ich hab extra süße Förmchen gekauft. So eine... Ein Pinguin. Dann haben wir noch den Fuchs. Und eine Katze. So, jetzt noch mal... Ein Kätzchen. Wuhu! Danke. Ja. Ja. Und dann haben wir auch noch ein Kätzchen. Und eine Alpaka. Wir haben eine Alpaka. Alpaka. Und ihr müsst direkt... Ach so, hast du's jetzt schon aus... Ah ja, okay. Hä? Wir müssen noch die Spezialzutat für die Kätzchen machen. Ja. Ja. Hm. Naja, wenn... Wettschulden sind Ehrenschulden, hab ich gehört. Ja. Hab ich auch gehört, aber... Deswegen... musst du die nächste Ladung dann noch fanziger machen. Ja, wie willst du denn das machen, wenn ich den Teig knete? Da hab ich das einfach mit ein... Ja. Okay. Einfach mit ein. Mhm. Haben wir da schon gezogen? Was da reinkommt? Nein. Das wird auch noch random aussehen. Lecker. Chat, freut ihr euch? Ihr dürft noch mal leckere Sachen... Ja. Wuhu.